hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ist immer noch in der steppe suchen wir immer noch material hier zusammen und in am see vorbei und jetzt von hier aus mal versuche jetzt mal von hier aus eine straße zu finden die mich dann vielleicht auch in ein anderes wird weil ich habe eigentlich vor dass wenn die sieben heute vorbei ist biome wechseln vornehmen weil ich würde gerne in ein grüntes und dort würde ich dann selber ein haus zu bauen dazu muss ich aber hier ein bisschen forschen und muss natürlich auch wissen wo wechselt das biome hier hier vorne ist der see immer noch weil sie würde ich ja ganz gerne das sieht nach einem biome wechsel aus da drüben haben wir ein gutes biome oder verbreitet das ist ja auch nicht unbedingt so schlimm so verbranntes biome kommt das will ich ja auch nicht also in die nähe bleiben das ist natürlich wunderbar das ist nicht meine welt aha und das fängt natürlich jetzt hier ein bisschen zu machen können wir hier natürlich durchlaufen aber das ist ein neuer sie hier ein zweiter kleinerer sein ok das holz nehmen wir uns auf jeden fall mit weil so spärlich wie wir hier holt gehen schadet uns das überhaupt nicht wenn wir noch mal 1000 steckholz dabei haben und dann gehen wir mal gleich in die ruine da vorne rein und gucken mal was dazu lupen ist und mir wird schon wieder zu warm das lassen wir auf jeden fall schon wieder machen jetzt müssen wir natürlich aufpassen dass die fläche nicht anfangen zu brennen ja ok ja auch ok auch ok das brauche ich nicht ich fühle mich hier so richtig wohl fühle ich mich hier nicht ganz ehrlich gestehen was würde ich nicht alles für eine bremste kaka könnte behalten das ist ja auch nur so eine kurze passage verbranntes biom das hört man ja auch schon immer mal wieder der sieht ja noch wirklich grün aus und was heißt ich gehe in meine richtung wo ist meine richtung da Ich kann nicht mehr schnell laufen. Na, Schweinchen. Das brauche ich jetzt auch nicht um. Da ist ein Bremschen. Schnüffeln, Schnüffeln, Schnüffeln. Beim Aufwerten nutzt die Bremschen nicht ab. Das sind doch schon so Lugbäume. Und raus hier. Und jetzt den Kattus trennen. Na wunderbar. Okay, da ist das Biom. Das möchte ich nun wirklich nicht. Schon allein wegen der besagten Hunde. Also Hunde ist für mich ehrlich der einzige Grund mal eben in die Luft zu gehen. Weil ich meistens gar nicht so schnell bin. Da würde ich mich da überhaupt wehren können. Also da ist mein System, glaube ich, auch nicht schnell. Hier ist noch ein Wollchen. Nehmen wir noch mit. Also schon wieder eine Stone Eggs. Diese war eine gerade gerade gar nicht. Da ist der 50er. Gut. Ach, schau mir das am Kackchen. Wenn er mich gesehen hätte. Ein bisschen Kohle die wir mitnehmen. Ja, ich habe immer noch die Stadt. Nein, mit Eisenpfeilen brauche ich mich da auch schon eher hin. Also das würde auch noch gehen. Dann kann ich auf beides verzichten. Weil ich habe Kohle. Ich habe Protesten. Damit kann ich ganz fauler machen. Das baue ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin hier. Hier liegen ja auch schon mal gerne Vogelnester. Hupsa. Einfach mal geschossen. Okay. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen mal. Ich meine, ich bin meine Ausbeute echt. Ich habe eine Brems. Ich habe eine Brems. Ich habe eine Brems. Ich habe eine Brems. Das ist schon mal viel wert. Da kommt wieder so ein aggressiver noch ran. Ein Nestlein. muss ich auf jeden fall man wieder mehr an straßen halten ist das schwierig mit der grafik verbranntes biom will ich nicht jetzt ruckelt es aber hier mein lieber da bin ich wieder okay das heißt ich gehe mal weil ich ja auch eigentlich nur den vormittag über unterwegs sein wollte und nicht die ganze zeit jetzt ich habe ja noch viel zu tun wo ist die rolle ich habe ich auch schon wieder ich habe ich auch schon wieder ich habe ich auch schon wieder für uns also weitergehen an den großen wie aber eigentlich noch klee auf jeden fall unmengen stein alles die auch kaputt am richtiges mal der ich muss auf jeden fall nach der 7 wechsel vor allem weil das geht so was licht denn da hinten hier saß doch so aus tomaten auf augen gehabt Bis zum nächsten Mal. eben die skill punkte gucken wie viel habe ich denn zu vergeben 50 50 knallig auf jeden fall ich kann nicht mehr mitnehmen ok topf habe ich also habe ich jetzt noch irgend so etwas ähnliches wie eine ich habe es nicht mehr so viel zu tun ich bin 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 Okay. Halt durch, Junge! Halt durch! Nee, ich hab bloß kein Müll. Ist das enttäuschend. Hier lernt wo was drin. Das ist dann tatsächlich noch so weit zum Haus. Das klang gerade, als wäre ich über einen Stein gelaufen. Also hinter dem Hügel hier müsste eigentlich... Jawohl. Da ist es. Wir gehen jetzt als erstes mal hier hoch und setzen uns zwei Trains. So, dann können wir uns schnell einen Rückzug machen. Und dann müssen wir jetzt mal eben... ...wegel weg. Jetzt müssen wir eben noch ein paar... ...Speiksätze. Okay. Na, komm her. Oh, das ist schwierig. Schade. ... 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 reihe sitzen auch recht schwierig kruzifix setzt sich doch danach mensch spikes aussetzen habe ich immer meine probleme mit erstmal habe ich einen gehörigen respekt vor den teilen weil die fürchterlich wehtun können und ja am meisten sterbe ich eigentlich in den spielen an den spikes oder 100 ja gut ich will euch jetzt nicht langweilen hier mit den spikes aufstellen das mache ich gleich gleich mal nebenbei noch wir gehen jetzt erstmal rein und packen den nut aus und dann würde ich sagen ist die folge auch schon wieder vorbei dabei bin ich bei den spikes gelaufen und ja dann würde ich sagen wird euch gefallen hat einen daumen hoch lassen wenn nicht dann lasst eben keinen daumen und ansonsten würde ich sagen bis demnächst